Hallo meine lieben Zuse und herzlich willkommen zu einem brandaktuellen Bitcoin-Video zu dem Bounce, der gerade passiert ist. Wir schauen uns gleich an, was das für uns bedeuten könnte, ob wir weiterhin Barrels sind und wie das Ganze zu interpretieren ist. Davor noch ein kurzer Hinweis auf meine Telegram-Gruppe, den Link dazu, finden Sie in den Kommentaren. Es würde mich mega freuen, wenn du reinjoinst. Wir sind jetzt auch hier schon am Bitcoin-Daily-Chart und ich habe gerade in meiner Telegram-Gruppe gesehen, dass die Leute schon wieder halb am Durchdrehen sind. Ich habe Raketen gesehen und Leute von 15k-Szenarien sprechen, auch wenn das natürlich sarkastisch war. Aber ihr wisst, was ich meine. Der Jubel beginnt immer ziemlich schnell, der FOMO beginnt immer ziemlich schnell und wir schauen uns jetzt an, ob das Ganze denn nachhaltig sein könnte. Der Pump war zu erwarten, weil wir einfach beim RSI so extrem niedrig waren, dass einfach der Pump irgendwann kommen musste. Ich konnte natürlich keiner sagen, dass wir jetzt direkt von 6100 Bounce, also jeder, der da Positionen geöffnet hat, meinen Respekt. Ich habe es nicht getraut, weil das Momentum natürlich extrem bearish war und man kann auch beim RSI mal ein, zwei Tage überverkauft bleiben. Das kann definitiv der Fall sein, deswegen will ich ja auch mich nicht rühmen, dass ich das irgendwie so gesehen habe, dass ich perfekte Positionen genommen habe. Auf keinen Fall habe ich mich nicht getraut, bin ich ganz ehrlich, weil das Momentum war es ja gestern so ultra bearish, dass wie ich es echt gedacht habe, wir könnten direkt auf 5000 runterrasseln. Ist natürlich jetzt erstmal nicht passiert, aber es sollte trotzdem nicht zu euphorisch sein. Schauen wir uns gleich an, warum. Wir sind jetzt erstmal hier am RSI und ich will das Ganze immer ein wenig schulungstechnisch gestalten. Und ich zeige euch auch gleich, dass man am RSI auch ganz normal Trendlinien zeichnen kann, wie auf dem normalen Chart. Wir sehen jetzt auch gleich hier, was man ganz klar hier sieht, wir sind hier abnehmend und wir haben hier auch eine Art abnehmendes Dreieck. Das heißt konkret, wenn wir wieder in diesem Bereich vorgehen, werden wir beim RSI hier starke Resistance haben. Und die Wahrscheinlichkeit ist immer noch sehr groß, dass wir hier auch abprallen werden, nur mal so. Aber was eher interessant ist, ist, dass ich diese zwei Supportlinien gestern gepostet habe auf Twitter. Ich habe gehofft, dass wir von der ersten schon wegbouncen. Die erste hat hier jetzt einmal gehalten, aber die zweite Safe Zone, sozusagen vom Februar, das war dieser Support hier, wo wir von 5700 auf 11500 gerannt sind, gerallet sind. Diese Support Zone hat gehalten und wir sind jetzt erstmal gebounced. Das war ein Oversold Bounce, es wurden wahrscheinlich viele Shorts gerade liquidiert und es ist generell schon mal eine kleine Erholung, nur mal so gesagt. Aber sollte man jetzt extrem bullish sein, würde ich eher nicht sagen. Also würde ich noch nicht sagen, ich habe auch diesen Count im Hintergrund. Dieser Count ist, glaube ich, ein Count, den viele verwenden. Ich habe ihn euch nur mal aufgezeichnet, damit ihr überhaupt wisst, warum viele von diesen Szenarien sprechen. Weil, wenn wir das hier als A interpretieren, das als B, dann müssen wir uns fragen, wohin geht das C? Und wenn das A so lange ist, dann müssten wir zumindest sagen, das C würde auf 4600 gehen. Ich will euch den Count nicht vorenthalten, aber ich will euch auch nicht zu viel da rein interpretieren lassen. Es ist nur eine Möglichkeit, die viele momentan noch sehen. Was ich eher sehe und was ich viel gefährlicher halte, ist folgendes. Nämlich dieses abnehmende Dreieck. Wir können auch hier davon ausgehen, oder wir könnten hier davon ausgehen, bevor wir nochmal mit dem Dreieck weiterlegen, oder weitergehen, sorry, dass das eventuell eine Art 5-Wellen-Struktur war. Und dass wir hier jetzt schon gebounced sind, nämlich von der 1-to-1-Extension, glaube ich, war es von der Welle 3. Ich muss die hier anlegen. Hier genau gebounced von der 1-to-1-Extension. Könnte natürlich auch sein und würde erstmal für Erholung sprechen, aber trotzdem noch nicht für ein Bullish-Test-Szenario. Warum konkret? Egal, wie wir die Trendlinien ziehen, wie man die Trendlinien ziehen will, wenn man die hier ziehen will, oder auch von hier oben nach unten, ist es eigentlich komplett egal. Es ist absteigend. Es sind höher werdende, niedriger werdende Highs, sorry, niedriger werdende Hoch, niedriger werdende Highs. Und das ist schon mal im Prinzip bearish. Das ist ein Signal, wo man ziemlich schnell einen Down-Down erkennen kann, wo man eben sagen kann, okay, ist eher bearish. Was wir noch haben, ist diese Supportlinie hier unten. Diese Supportlinie hat jetzt zweimal gehalten und wir hatten jetzt zwar immer den Verdacht, oder viele haben das auch gepostet, auch wo diese Support noch gehalten hat, dass wir eine Art Symmetrical Triangle haben. Symmetrical Triangle wäre jetzt nicht so bearish, sondern wäre eher neutral, aber in einem Bärenmarkt dann auch eher bearish. Was aber sehr bearish ist, ist ein Descenting Triangle. Ein Descenting Triangle ist ein abnehmendes Dreieck und es sieht danach aus, ich will jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber ich kann euch nur sagen, bevor wir nicht diesen Bereich hier brechen, und dieser Bereich wäre bei 8200, was momentan immer noch ziemlich weit entfernt scheint, wäre ich nicht bullish. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, wäre ich nicht bullish. Auch der Spruch, set in May and go away, kommt nicht von irgendwo her. Also Sommer kann ich mir schwer vorstellen, dass im Sommer eine Rallye beginnen sollte. Ich wüsste nicht mit welchen Käufern, weil die meisten Leute sich mit anderen Sachen beschäftigen im Sommer. Auch diverse Institutionen werden jetzt nicht zu heiß sein, im Sommer eine Rallye zu starten. Und ich sage es euch nur, bevor wir 8200 nicht brechen, kann ich nicht bullish sein. Auf keinen Fall. Wir können jetzt eine Rallye durch diesen Oversault-Bounce und irgendwie in diesem Bereich hier hochbouncen vielleicht. Vielleicht auch die Trendlinie testen, wenn es überhaupt so weit geht. Es gibt natürlich auch noch andere Trendlinien, auf die wir jetzt aber nicht eingehen, weil ich euch nur die Größe zeigen will. Und auch, wenn wir uns hier die Extensions-Trendlinien von der Welle 3 davor, dann hätten wir auch in diesem Bereich noch starke Resistance. Nur mal so jetzt grundlegend gesagt. Auch nochmal die Charakteristik eines abnehmenden Dreiecks zu zeigen, weil ich will ja das immer so anfängerfreundlich wie möglich gestalten und ich merke auch anhand des Feedbacks, dass den Leuten das so besser gefällt. Das hier ist absteigend. Absteigendes Dreieck. Was heißt das konkret? Ich zeige euch das mit einer ABCDE-Structure. Für die Elliot-Fans unter euch, interpretiert das nicht so viel jetzt rein. Also ich nehme die ABCDE-Struktur nur, um das absteigende Dreieck zu erklären. Und es hat nichts mit der Wellenstruktur zu tun. Was wir bei absteigenden Dreiecken sehen, wir sehen hier Wellen, die sich in diesem Dreieck bewegen. Wir sehen hier eine Welle, hier eine Welle. Und ihr seht auch schon, der Raum wird immer enger. Und der Raum wird enger, weil die Höhen des Charts, die Höhen dieser Wellen immer niedriger werden. Und wenn die Höhen immer niedriger werden, dann kann das Dreieck nicht ewig ausgereizt werden. Und wo die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist bei absteigenden Dreiecken, ist das wenn nach unten ausbrechen. Das kann ich nur so sagen und ich kann es auch nur so interpretieren, was ich sehe. Ich will realistisch sein und ich will euch keine 20.000 Szenarien anpreisen, wo ich sie nicht sehe. Auf keinen Fall. Ich habe zwar auch noch zwei, drei positive Nachrichten für euch, aber die kommen jetzt gleich noch. Genauso im Gegenzug kamen mir natürlich auch aufsteigende Dreiecke, aber auf das gehe ich jetzt nicht mehr ein. So, jetzt ist die Frage, was soll man jetzt machen? Ich würde erstmal gar nichts machen, bevor der Bounce erstmal bestätigt. Dieses Argument im Weekly Chart anschauen. Weekly Chart sieht jetzt auch nicht so prickelnd aus. Jetzt gerade hier, den Weekly Chart mache ich auf dem Bitfinex Chart auf. Wir haben beim Weekly Chart auch das Problem gehabt, dass wir unter diese 55 EMA gebrochen sind und dass wir jetzt hier noch supporten. Also hier Weekly Chart, technisch müssen wir auch wieder über die 55 EMA closen, bevor ich überhaupt irgendein bullisches Szenario wieder anpreisen werde. Was jetzt viel interessanter ist, weil die Depression ist ja trotzdem ziemlich hoch und hier habe ich noch zwei, drei aufhörende Sachen für euch. Ihr müsst euch denken, was machen smarte Investoren? Ich glaube, jeder kann diese Sprüche bei, wenn die Autos sagen, really be fearful und so weiter. Also ich gebe auf diese ganzen Zitate sowieso nicht, weil ja, mit Zitaten kann man jetzt nicht so viel anfangen. Aber es ist schon ein Funken weiter dahinter und die großen Investoren, die gehen auch nach diesen Zitaten vor. Das heißt, sie kaufen dann ein, wenn Panik am Markt ist und wenn der Preis logischerweise am Dippen ist. Keiner kauft an einem Alltime High von einem smarten Investor. Die warten alle mit Geld auf der Seitenlinie, bis der Markt droppt und die kaufen dann ein. Wie kann man das auf die Bitcoin-Münzen? Wir hatten immer die Situation in allen Märkten dieser Welt, in allen, auch wenn jetzt vielleicht viele Leute sich irgendwie darüber aufregen, wenn du dieses Zitat oder über diese Ansicht, ich kann es euch auch gerne hier zeigen, was ich meine. Wir hatten 2000 nach die Finanzkrise. Wir hatten hier Apple-Aktien. Apple-Aktien sind genau so tief gedroppt wie der Bitcoin. knapp 70%, 60% sind Apple-Aktien gedroppt. Wir sind jetzt beim Bitcoin 64% gedroppt. Die Leute, die zu dieser Zeit gekauft haben, das war circa ein ein-Jahres-Baron-Cycle sozusagen, bis sich Apple wieder halbwegs erholt hat. Die Leute, die hier gekauft haben, sind die Leute, die auch jetzt Bitcoins kaufen. Auch wenn natürlich die fundamentalen Gegebenheiten komplett verschieden sind. Aber vom Stil her, von der Mentalität her, sind das nicht die Leute, die jetzt sich über den Preis aufregen und die sich jetzt darüber aufregen, wie scheiße Kryptos sind und sich den Markt verlassen und alles ist zum Heulen und zum Verkaufen im Verlust. Das sind nicht die Leute. Die Leute, die die Lock gekauft haben, sind genau die Leute, die kaufen, wenn Panik ist. 2008 war Panik am Markt. Keiner wollte Aktien haben. Die Leute haben zugeschlagen und diese Aktien gekauft. Diese Leute haben in dieser Zeit knapp 1.000%, 1.600% müssen es sein, Gewinn gemacht. 1.600% Gewinn gemacht. Indem sie einfach gekauft haben, als komplette Panik war. Kann man ummünzen, muss man natürlich nicht. Jeder hat seine eigene Fundamentale anzüchten. Ich will euch nicht zahlen, dass ihr jetzt Bitcoins kaufen sollt. Ich sage euch nur, mit welcher Einstellung man rangehen sollte und wie man das Ganze vorantreiben sollte und warum. Es ist vielleicht keine schlechte Idee, jetzt zu kaufen oder eben in diesen Bärenmarkt zu kaufen und nicht irgendwie das Handtuch zu schmeißen, weil wir haben noch Raum nach oben auf alle Fälle. Genauso hatten wir die House Price Bubble im Jahr 2008. Was passiert seit 2008 mit diesen Housing Prices? Die House Prices gehen nach oben. Wir sind in einer neuen Bubble. Die Preise haben sich vervielfacht seitdem. Natürlich sind manche Regionen anders drauf reagiert. Manche Regionen haben natürlich auch nicht so Profit rausgezogen, aber generell sind die Preise gestiegen. Und die Leute, die damals gekauft haben, haben Profit gemacht. Wieder die Leute, die gekauft haben, als der komplette Markt nach unten ging, als der komplette Markt geplatzt ist. Wieder. Das ist noch kein Denkangstoß. Ihr wisst, die Daily Analyse war ja bearish und ich wollte euch nur mal fundamental wie ein paar Anschlüsse geben, weil die Lage generell so ziemlich bearish ist, in der so pessimistisch ist und pessimistisch ist. Und wenn depressiv ist, nur mal so ein Anstoßpunkt. Kauft, wenn die Preise niedrig sind und kauft nicht, wenn die Preise hoch sind. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technikrypto.